Mein Name ist Sandra Maischberger. Ich würde Sie heute gerne fragen, ob Sie Bifi kennen. Wenn Sie in Berlin leben, könnte es sein, dass Bifi Sie interessiert. Bifi e.V. ist ein Verein, ein gemeinnütziger Verein, der etwas sehr Sinnvolles macht. Er bringt Menschen zusammen, die gut zusammenpassen. Auf der einen Seite sind da Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenssituationen, die Aufmerksamkeit, Zeit brauchen, vielleicht eine Förderung. Auf der anderen Seite sind Erwachsene, die vielleicht keine Kinder haben und die Zeit haben, sich mit diesen Kindern und Jugendlichen auseinanderzusetzen. Bifi macht seit sehr vielen Jahren sehr erfolgreich dieses Patenschaftsprogramm und wird auch von Amts wegen immer mit mehr Kindern und Jugendlichen konfrontiert, die in dieses Programm sollen. Das Problem ist nur, Bifi geht das Geld aus. Da der gemeinnützige Verein nicht von staatlicher Seite getragen wird, sondern nur von Spendern, haben wir jetzt diese Kampagne ins Leben gerufen. 500 Freunde. Die Idee ist, 500 Berliner und Berlinerinnen spenden jeden Monat 15 Euro, um dieses Patenschaftsprogramm zu unterstützen. 230 Kinder werden gerade in diesem Programm betreut. 90 stehen auf einer Warteliste und können noch nicht aufgenommen werden, weil ihr Geld fehlt. Vielleicht interessiert Sie das. Ich bin eine Freundin von Bifi und Spende und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das auch täten.